Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ein interessantes Thema. Es ist kein ganz so ernst gemeintes Video, beziehungsweise mein Fazit wird sogar ganz ernst gemeint sein. Aber es geht um, Achtung, Windsterben durch Windkraft. Also wir haben ja einen Beitrag, das ist jetzt erstmal eifellon.de. Das ist unabhängig, überparteilich, unbezahlbar. Aber wir informieren die Eifel, ich habe das Gefühl, die sind nicht ganz so eine richtige redaktionelle Einrichtung, die hier journalistische Beiträge veröffentlichen. Aber wir kommen noch dazu, warum ich das vermute. Windsterben durch Windkraft. Die Westwindwetterlage, die seit Menschengedenken Nordwesteuropa und Mitte-Europa hinreichend mit Niederschlägen versorgt hat, ist künstlich abgeschaltet worden, sagte Historikerin und Autorin Dagmar Ijewski. So, Dürreproblem ist ihm nachgegangen, hat eine möglichst überraschende Ursache gefunden, nämlich, dass... Wo kann man es denn mal lesen? Danach hat sich die mittel- und windenergieanlagen gemessen, oder blablabla, in Deutschland wahrscheinlich verschlechtert, obwohl Windenergie immer effektiver, blablabla, abgeschöpft wird. Die Ursache des für die Windenergie so beunruhigenden Trends ist, dass seit jenen gemessenen Rückgang der mittleren Windgeschwindigkeit, blablabla, konkret handelt es sich um blablabla. Ergebnis, die Windparks werden zum Opfer einer atmosphärischen Windberuhigung, die sie selbst erzeugt haben. Alles gesagt, Windräder töten Wind. Windabschöpfung durch Windräder in einer derartigen großen Menge, dass Windräder eigentlich der Grund für die Klimaerwärmung sind, geradezu. Also hier gibt es wirklich einen irritierenden Beitrag, und nach wie vor herrscht in Deutschland sogar eine Tabuisierung von Ursachen und Wirkungen. Eine Verweigerung der Anerkennung des Zusammenhangs zwischen Windenergieabschöpfung und dadurch provozierten Windflaute. Der geschwächte Wind wird verstärkt durch den Klimawandel... Nee, der geschwächte Wind verstärkt den Klimawandel, indem er Raum freigibt für statische Hochdruckgebiete und wochenlange Dürrung für das ganze Jahr. Gastautor so und so. Der Text ist einfach von ihr. Und die Überschrift Windstaben durch Windkraft sagt doch schon vieles. Also, dann kann man sich mal anschauen, wer ist die Frau? Ja, die ist ja hier Historikerin und Autorin. Wenn sich jetzt jemand mit Auswirkungen von Wind auf Klima beschäftigt, hätte ich persönlich die Hoffnung, dass das in irgendeiner Form ein Naturwissenschaftler wäre, Naturwissenschaftlerin, die also tatsächlich auch die Zusammenhänge wirklich auseinandernehmen könnte. Dann geht man mal auf die gute Frau und sieht hier wiederum den Hinweis, dass sie eine Kulturwissenschaftlerin ist. Freiheitsjournalistin, Guide, Buchautorin, Ortsgeschichten, maritime Literatur, Mentalitätsforschung. Ich erkenne die großen Kenntnisse rund um Wind und Klima. Die gute Frau hat aber nicht nur diesen Beitrag hergeschrieben. Nein, man kann noch viel weiter gehen. Dann findet man nämlich bei vi-rettet-brandenburg.de diesen wunderbaren 15-seitigen Text. Standortgebunden, abgeschöpfter Wind verursacht Windsterben. Windflaute stürzt Europa und die Welt in eine Dürrekatastrophe. Also Windräder töten Wind. Wo fangen wir denn mal an? Es ist einfach mega. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Mithin werden die Windpox zum Opfer einer atmosphärischen Windberuhigung, die sie selbst erzeugt haben. Übrigens auch ein wissenschaftliches Paper, was so formuliert ist mit diesen ständigen Unterstreichungen und dann auch mal wieder anderen Farben und Dicken. Das ist so ein bisschen, vielleicht auch unseriös, man weiß es nicht. Aber eigentlich ist es natürlich ein richtig wichtiger Beitrag hier. Den will ich jetzt gar nicht als irgendwie unseriös betiteln, wo ich das gerade getan habe. Die Bezeichnung standortgebundene Windenergieabschöpfung betont den bisher übersehenen oder unterschätzten Faktor, dass der an jedem Turbinenstandort ankommende Wind permanent abgeschöpft und verbraucht wird und dauerhaft fehlt, solange sich die Turbinen drehen. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Das kriegt man ja auch so anekdotisch aus dem eigenen Leben mit. Da ist jetzt der Wind. Und plötzlich ist der nicht mehr da. Das müssen die Windräder sein. Ich stelle euch mal vor, der Wind kommt, dreht das Windrad an und dann ist dieser Wind plötzlich ja nicht mehr da. Oh mein Gott, die Windräder haben den Wind getötet. Das kann natürlich nicht damit zusammenhängen, dass Wind sich bewegt. Und wenn er dann sich bewegt hat, dann ist er halt nicht mehr an dieser Stelle. Nein, die Windräder töten den Wind. Und das ist weder sauber noch grün noch umsonst. Wind wird abgeschöpft. Weiter geht's. Exponentieller Ausbau der Windenergie aufgrund des europäischen Crane-Deal. Ein Abschalten des natürlichen Windhaushalts. Sehr bald in eine Katastrophe münden. Virulent gewordene Dürre der letzten drei Jahre sollte doch allen Verantwortlichen als allerletzte Warnung dienen. Doch, durchaus. Die Dürre sollte allen als Warnung dienen. Aber ich weiß nicht, ob die Erkenntnis wirklich sein muss, dass Windräder Wind töten. So, gehen wir mal noch weiter. Der Offshore. Ja, Hauptsache auch die Meere nicht töten durch Offshore-Wind. Windhaushaltsat, Energierauben, Windenergieabschöpfung. Ein europaweites Moratorium für die Windenergieabschöpfung wird gefordert. Und sie bittet Frau Dr. Merkel. Es ist also schon nicht mehr ganz aktuell anscheinend, hoffentlich. Aber ich hatte sie mitbekommen. Das ist ein Kanzlerinwechsel. Massive Windenergieabschöpfung. Dürren. Wegweiser. Einige Claims. Versteigert. Raubbau. Wer hat die Energieabschöpfung bereits verstärkt, statt den einzudämmen. Meinungsmonopol. Also niemand darf darüber reden, dass Windräder den Wind töten. Wo war denn nochmal was richtig Witziges? Ah, wo ist das Ergebnis? Wir können einen Durcheffekt haben. Stünde der allsatzkommunizierten Anpassung entgegen, dass Windenergie den Klima nützt. Oh. Oh. Weil nämlich die anderen verschweigen, dass Windräder Wind töten, wird ihre Erkenntnis auch unterdrückt. Ja, das ist schon wichtig. Käme doch bei einer solchen Diskussion unvermeid sich die Tatsache ans nicht, dass die Windindustrie immer mehr zum Opfer einer selbst verursachten Windberuhigung wird. Wind wird getötet und gleichzeitig beruhigt. So, haben wir noch was? Was ist denn weitergeschehen? Eine Gefährdung des Kuppe im Klimas. Sehr rasch in der Ration mit des massiven CO2-freien Kernkraftwerks. Ah, sondern nur massiver CO2-freier Kernkraftwerksausbau kann hier also helfen. Wow. CO2-freier Kernkraftwerksbau funktioniert übrigens auch gar nicht, weil die Bauteile eines Kernkraftwerks, Beton zum Beispiel, ist nicht CO2-frei. Aber okay. Ich will jetzt gar nicht gegen eine Atomkraft sprechen. Was passiert da oben am Windrad? Also hier, Seite 10, wenn ihr euch das lesen wollt, Seite 10. Was passiert da oben am Windrad? Hier wird dann bewiesen, dass wenn der Wind kommt und das Windrad dreht sich, dann wird der Wind getötet. Zwingen die Luftmassen vor der Windturbine zum Aufsteigen. Sie bremsen sogar Wirbelstürme aus. Wow. Ich bin wirklich, ich bin besorgt. Ich bin wirklich besorgt. Wir sollten schnellstens den Raubbau aufhalten. Also wissenschaftliche Paper, man erkennt es daran, dass man das folgendermaßen formuliert. Weniger Wind ist gleich, weniger Regen ist gleich, Dürre, Weidsterben, rückläufige Ernten ist gleich, weniger Verwehung von Pollen und Samen ist gleich, weniger Verjüngung der Vegetation. Warum wird das letztendlich tödliche Geschäftsmodell des Raubbaus am Windhaushalt der Atmosphäre nicht benannt und öffentlich gemacht? Ja, warum nicht? Warum wird der Raubbau und das Töten des Windes hier nicht öffentlich gemacht? Warum nur? Puh, also ich hoffe, ihr erkennt das Zynische an mir gerade. Es ist so gruselig, was hier geschrieben wird. Nicht, weil das wahr sein könnte und oh mein Gott, was tun wir noch alles? Das ist ja gruselig, sondern es ist gruselig, dass sowas veröffentlicht wird. Aber wir kommen gleich noch dazu, wer das denn tatsächlich am Ende veröffentlicht. Wir haben uns die Kulturwissenschaftlerin mit maritimen Einblicken ja schon angeschaut. Wir gucken vielleicht noch auf die Seite vi-rettet-brandenburg.de, weil rettet-brandenburg, das klingt schon mal gut. Gucken wir gleich rein. Immer mehr hat die Herzenskälte die Regie bei dem globalen Geschäft der Windindustrie übernommen. Herzenskälte? Wir sind so böse. Wir, die die Energiewende vorantreiben, wir sind so böse. Wir zerstören Lebenswelten für Vögel, Tier- und Pflanzenwelt. Wer hat denn nur an den Wald gedacht? Es werden so viele Bäume gefällt für so wenig Windrad. Und das Windrad tötet danach auch immer noch mehr. Also es ist wirklich herzenskalt, was wir alles tun. Irgendwann ist für die Windbranche das Ende der Gewinnzone erreicht, nämlich dann, wenn sich das Geschäft des Schürfens der Ressource Windenergie nicht mehr lohnt, weil der Wind endgültig nicht mehr ausreichend Gewinn bringt. Also beinahe weg ist und dann, das sagt die Studie nicht, dann werden unsere existenziell wichtigen Lebensgrundlagen längst vernichtet, unsere Ökosysteme verschmachtet sein, wovon uns der Beginn der anhaltenden Dürre einen Vorgeschmack gibt. Ich finde es immer interessant, dass die die Dürre zugeben, dass sie den Klimawandel zugeben, aber eben sagen, es liegt an der Windenergie. Das ist so geil. Oh Mann. Forschungen stehen auch immer im Zeichen des Geschäftes mit Wind. Es sind alle korrupt, alle Forscher sind korrupt, alle echten Naturwissenschaftler sind korrupt und behaupten, dass fossile Kraftwerke böse wären und Windenergie gar nicht böse ist. Und die verschweigen, dass Windenergie-Räder Wind töten. Das ist wichtig. Das müssen wir wissen. Muss man wissen. Okay, wir sind ja schon auf Seite 14 angekommen, zum Glück. Es muss einfach mal unvoreingenommen diskutiert werden. Wir brauchen als Gesellschaft tatsächlich enormen Mut, um diese Tatsache anzuerkennen. Hier ist eine gute Autorin auch nochmal. Ich habe darauf gewartet, dass nochmal ganz klar gesagt wird, dass die Grünen böse sind, weil irgendein Gründungsmitglied der Grünen sagt, dass Windenergie doof ist. Deswegen ist Windenergie doof, wenn die Grünen sind doof. Wow. Das ist richtig witzig. So, worauf ich nochmal hinaus wollte. VI rettet Brandenburg.de. Das ist die Volksinitiative, die rettet Brandenburg. Wer ist denn die Volksinitiative rettet Brandenburg? Der Landesverband Brandenburg für eine sinnvolle Energiepolitik. Landesverband von... Oh, ein Landesverband der Bundesinitiative. Vernunftkraft. Ah. Vernunftkraft. Die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Vernunftkraft sind... Ähm, die... Hups, sorry. Vernunftkraft sind die, die... Einfach die Wahrheit sagen. Die also wirklich nicht verschweigen, dass wir alle korrupte Lügner sind. Vernunftkraft klärt halt auf, dass Windenergie voll schlimm ist und die Energiewende uns alle tötet. Und deswegen sollten wir unbedingt jetzt damit aufhören. Ich muss... Ne. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ich hoffe, euch entertaint auch sowas mal ein bisschen. Ähm... Wir können gar nicht in Worte fassen. Wie absurd, wie absurd es ist, dass hier eine Kulturwissenschaftlerin mit maritimen Mentalitätsforschungsinteressen auf 15 Seiten behauptet, dass Windräder Wind töten und dauerhaft abschöpfen. Also, man kann es ja sogar auf einem Kindergartenniveau beschreiben, dass Wind halt weht. Und wenn Wind weht, dann bewegt er sich dabei. Dann ist er halt kurz danach nicht mehr an dieser Stelle. Das liegt nicht daran, dass er abgeschöpft dauerhaft getötet wird. Und er bewegt sich halt weiter. Natürlich, wenn ein Windrad da ist, es dreht sich, Wind kommt, dann wird dieser kleinen Teil Wind, der das Windrad berührt, natürlich ein bisschen abgelenkt. Natürlich. Aber das heißt nicht, dass dieser Wind dann tot ist. Der Wind ist dann halt woanders. Und auch dafür gibt es übrigens Berechnungen. Wenn man einen Windpark betreibt und Windräder dann natürlich so stehen, dass sie sich gegenseitig den Wind ein bisschen wegnehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann berechnet man auch mit ausführlichen Modellen, wie könnte man das am gesamtwirtschaftlichsten betreiben und lässt dann zum Beispiel auch vordere Windräder zum Beispiel ein bisschen langsamer laufen, damit weniger Wind nach oben abgegeben wird, sondern noch weiter geradeaus praktisch an dem vorigen Windrad vorbeigehen kann, um hintere, spätere Windräder auch noch zu bedienen. Also dafür gibt es sogar ausführliche Steuerungsmechanismen. Aber nein, offensichtlich töten wir den Wind einfach nur. Aber okay, habt ihr jetzt zu Recht Sorge, dass wir alle korrupte Lügner und Windtöter sind, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt eure Sorgen auch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert gerne auf den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten sorgenvollen Beiträge rund um die Energie, wenn ihr nicht verpasst. Und wenn ihr Lügenpropaganda rund um Energiewirtschaft euch anhören wollt, geht gerne auf unser Lernportal nnf.de. Da haben wir verschiedene Propaganda-Dokumente, E-Books und Online-Kurse und auch unser Seminarangebot, wo man nochmal Lügen lernen könnte. Okay, soweit dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft. Einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.